Na, wo haben wir sie da? Ah, okay. Hier drüben war nichts. Ja, die müssen doch noch ein bisschen Munition fallen lassen haben. Also, das waren doch nicht bloß die beiden. Die hatten doch auch noch solche Waffen hier, oder? Ah, stimmt ja. Die Typen kommen jetzt gleich von hier oben. Ich auch nicht. Boah, jetzt kriegst du aber auch mal eine, ja? Wo immer ihr auch seid. Oh, nice. Ich hab die gar nicht gesehen. Ich ging jetzt bloß davon aus, dass die vielleicht schon unten waren, aber... Ja, weil jetzt waren auch die ganzen Gebüsche im Weg. Ah, dass wir hier nicht hochkommen. Oh, das ist ärgerlich. So schön Munition, oder am Ende vielleicht noch so ein Erste-Hilfe-Kasten. Boah. Boah, ich hab's doch. Sag mal. Die hab ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, jetzt sind wir wenigstens hier vorne bei der Stelle. Jetzt kommen wir gleich hier an dieses Luftschiff. So, jetzt, äh, hau ich aber auch mal eine Granate rüber. Ich hätte wahrscheinlich mal gucken sollen, wo die genau da stehen. So, boah, wo sind denn die Granaten? Boah, ich muss weg. Ich muss hier weg. Fuck. Hab nicht mal viel Energie. Ich hab keinen Bock, das dann nochmal zu machen. Wer schießt denn hier? Das sind die hier oben, oder? Hälfte selber, mir helft er da auch bloß nicht. Oh. Jetzt kriegt ihr aber auch mal eine Granate zurück. Wo seid ihr denn überhaupt? So, den Typ haben wir mal. Es wäre interessant zu wissen, wo die überhaupt sind. Boah. Ey, die gehen mir gerade so richtig aufs Ei. Boah. Friss das. Und weg, 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 weg. Pfff, uuuh. Das ist, das ist gerade, pfff. Boah. Fuck, trifft mich jetzt bloß nicht hier. Okay, das ist... Boah, ich muss weg, ich muss hier weg. Trefft mich hier, ja, nicht. Boah, los. Boah, wenn die Granaten fliegen, Mensch, da hat man doch, wenn's das Adrenalin, dass man hier nochmal richtig schön rennen kann, halt. Und ordentlich die Beine in die Hand nehmen. Höh, nee, ich kann da nicht mehr rennen. Ich hasse sowas, so eine begrenzte, äh, Ausdauer, also oder begrenzt rennen zu können. Und dann noch so schwach. Ich mein, wenn die Kugeln um die Ohren fliegen, da sagt man nicht, nee, ich kann nicht mehr, da rennt man einfach. Boah, der hat mich trotzdem getroffen hier. Ich muss jetzt erst mal ein bisschen weg, mal ein bisschen... ...regenerieren. Vielleicht finden wir hier noch was. Oh, ich wette, irgendeiner von denen hier hat garantiert was Einstecken gehabt. Ich schaue jetzt nochmal kurz hier, ob wir vielleicht hier nochmal irgendwie jemanden finden, da jetzt irgendwie nochmal was fallen lassen hat. Ich glaub's zwar nicht, aber... Ja, das ist echt Mist. Vielleicht nochmal so ein bisschen auf der Insel hier. Komm, mach nochmal. Leider nicht, leider nicht. Na komm, einmal kannst du ruhig hier... ...machen. Ein bisschen Gesundheit brauchen wir wenigstens. Gibt's hier nochmal was? Ah, Pistole brauche ich ja nicht. Ah, ich dachte, hier liegt grad was, aber okay. Äh... Ah, was will ich denn mit einer Pistole? Ich will hier ein bisschen... ...Gesundheit. Ah, cool. Nice. So, jetzt sind wir wieder kräftig genug, sag ich mal so. So, auf, auf in den Kampf. Also, Rico, da kann ich echt schneller rennen, äh, als du. Gut, ich weiß jetzt nicht, was deine Waffe überhaupt wiegt. Aber du solltest das doch gewohnt sein. Ah, hier. Granat-Tipp haben sowas. So, du bist jetzt auch nur dran und... Du auch, so. So, den Granat... Oh, das ist dieser Granatwerfer. Ah, würde gerne mitnehmen, aber... Ich will auch keine andere Waffe wegschmeißen. Weil die ist gerade gut für die Präzision. Die will ich nicht, weil wir dann sowieso dann hoffentlich wieder Munition bekommen und die am effektivsten ist. Und die will ich mir eigentlich aufheben, gerade für, äh... Wenn, äh, Ricos Hauptwaffe leer ist. Oh, cool, jetzt hat's wieder... Höh! ...gemacht, so, äh... Sind das zwei Wege, oder? Nein, ich glaube, das ist jetzt der Weg, wenn wir über den Baumstamm gesprungen wären. Also hier, äh... Wo wir mit den anderen Leuten langgehen könnten, halt hier. Können wir einfach hier so uns drüber schwingen. Aber Rico, der ist, wie gesagt, zu steif dafür. Oder weiß nicht, warum der sowas nicht kann, halt... Theoretisch brauchst du dich eigentlich bloß so nach vorne fallen lassen und dann fällst du über den Baumstamm. Ja, aber das weiß Rico wahrscheinlich gar nicht. So, und da müsste es hier vorne dann weitergehen. Hoffentlich bekommen wir hier nochmal ein Medial-Pack. Äh, Quatsch, ein Checkpunkt. Aber ich glaube, das Level ist eh bald zu Ende, wenn ich mich nicht erinnere. Aber hinter den... Ich sollte wahrscheinlich nicht gleich so schnell vorrennen. Na, komm. War's das, oder... Ich hab grad noch... Okay, das ist... Okay, das ist Luca. Oder... Oder zumindest einer von mir. Oder eine. Hatte ich ein Schwein, ja. War auch wieder einer mit Granatwerfer. Aber halt so ein kleiner. Der hat einen kleinen dabei. Da haben wir noch ein Raumschiff. Ruhig bleiben. Sir, was sollen wir tun? Werden Sie alle, was Sie finden können. Ah, ich werd grad eine Granatenschmeiß. Hab gar keine mehr. So. Na, komm, komm, komm. Ah, da vorne kommen auch noch welche. Oh, ich weiß grad, wo ich hier zuerst hinschießen soll. Ah, komm. Mann, schieß ich auf den Eben. Da schießt der andere. Oh, hier. Fang. Und ich werde keinen getroffen. Pfff, uh, meine... Gesundheit... Wah, komm, rennt, rennt. Mensch, es fliegen dort die Kugeln. Ja, das musst du doch wissen. Erstmal ein bisschen... regenerieren lassen. Ja, schön immer die gleichen Geräusche machen wie... Das nimmt er sich wahrscheinlich zu Herz, da er jetzt gerade aufwirkt. Oh, jetzt hab ich keine Munition mehr. Los, wechseln. Oh, sag mal, die tun mir gerade schon wieder... ...gan schön Lebenskraft abziehen hier. Hat jemand mal ein Pflaster? So, laden wir nochmal nach. Ah, ich glaub, in diesem Level bekommen wir nicht mehr, äh... ...also, keine Munition mehr. Oh, gut, äh, von Rico. Aber hätt ich das jetzt gesehen, hätt ich lieber nochmal ein bisschen gewartet, dass er sich ein bisschen auflädt. Was ist denn der? Ich... ich seh den gar nicht. Ah, hier, hier. Okay, den habt ihr... Nein, kommt noch gleich. Ich treffe zwar mit der Waffe, ist ja gut, aber irgendwie so vom Gefühl her ist das immer so... ...mit der Waffe als ordentlich mich treffend. Ich weiß nicht, warum. Aber... ...zu funktionieren, scheinen sie trotzdem auf der Entpfanne. Ich... ich... ...dass... ...weuer... ...schuss! ...verdähen! Super, ich dachte, da ist tot. Mann, ich sag immer... ...hab keine Granaten mehr, sonst würde ich einfach mal schmeißen. Da kommt ein... ...da frisst doch die Kugel, oder? Sie haben mich im Visier! Kommt noch mehr... Nein, jetzt... ...gibt's hier... ...mal ein bisschen was Größeres. Verdehn! Runter! Gasse! Ja, super, hat nichts gebracht. Eigentlich würde ich die Granaten aufheben, aber... Ich glaube... ...es kommt jetzt nichts... ...großes in den Level, wo ich die jetzt unbedingt brauche. Boah, ne Sache mal jetzt! Komm, 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 komm! Stirbt! Ja, woher war das? Woher war das? Wer weiß es von euch? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, das war doch das E-Team. Das hat doch immer Honeyball gesagt. Könnte ich mir übrigens auch mal wieder anschauen. Das ist echt lang her. So, gibt's hier noch ein bisschen was? Vielleicht noch mal ein bisschen Gesundheit oder so? Ich glaube, das Level ist jetzt doch noch ein bisschen länger. Also, ich kann mich an eine Stelle erinnern, die halt so... ...durch die Berge geht, halt so ein ziemlich enger... ...enger Fluss mit Fels rundherum. Weiß aber nicht, ob das ein anderes Level ist. Oh, hier ist... Ach, ne, jetzt sag ich jetzt ein bisschen komisch aus. Weiß jetzt nicht, ob das ein anderes Level ist oder ob das jetzt mit hier drin ist. Aber gut, das sieht jetzt doch schon ein bisschen nach Levelende aus. Okay. Beziehungsweise Bereichsende, äh... Äh... Zumindest Level... A Level besteht hier immer aus mehreren Bereichen, sozusagen. Also, ja, ich erzähle das, glaube ich, auch immer wieder in jeder Folge... ...beziehungsweise in jeder Aufnahme. Oder ist es doch noch nicht zu Ende? Ah, doch. Okay.